Die Pandemie trifft uns alle, doch bei weitem nicht alle gleich. Was vorher ungerecht war, wird in der Krise noch ungerechter. Viele drohen dabei, zurückzubleiben. Nicht erst seit Corona werden Rassismus, Antisemitismus und Verschwörungserzählungen immer gesellschaftsfähiger und bedrohen unser Zusammenleben. Doch wir haben gezeigt, wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. Wir wollen eine andere Gesellschaft. Machen wir uns gemeinsam auf den Weg. In eine antirassistische, soziale und klimagerechte Gesellschaft. Für ein besseres Leben für alle. Jetzt wird entschieden, wer die Kosten der globalen Krise trägt. Am 14. Juni 2020 stehen wir unteilbar für eine solidarische Zukunft ein. Verantwortungsbewusst und mit Abstand. Auf den Straßen, Plätzen und im Netz zeigen wir ein Band der Solidarität. In Zeiten von Corona zeigen wir, so geht solidarisch.